Lohnt sich ein eigener Podcast noch im Jahr 2024? Ganz klare Antwort, nein, nicht jeder Podcast. Aber die Podcasts, die im nächsten Jahr sich noch lohnen, die werden die ganz großen Gewinner sein. Und damit du mit deinem Podcast im nächsten Jahr wirklich punkten kannst, möchte ich in diesem Video mal ein bisschen darüber sprechen, was für Faktoren ich beobachtet habe, was es so für Entwicklungen gibt in der deutschsprachigen Podcast-Szene. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn Podcasts sind mittlerweile nicht mehr ein Hype-Medium, so wie sie das vor zwei Jahren noch waren, als plötzlich jeder einen Podcast machen wollte, weil das in Deutschland neu war. Nein, mittlerweile sind Podcasts ein gleichberechtigtes Medium geworden, neben anderen sozialen Medien, wie zum Beispiel Instagram, TikTok, LinkedIn und so weiter. Und man sollte ganz genau wissen, warum man dieses Medium einsetzt. Also Podcasts sind ein Medium, was Vorteile und Nachteile hat. Und wenn du dich für einen Podcast entscheidest, dann solltest du ganz genau wissen, warum du einen Podcast machst und diesen Podcast auch wirklich aus Überzeugung produzieren. Und dann kann ich dir garantieren, wird ein Podcast auf jeden Fall auch für dich einen besonders großen Effekt erzielen. Denn Podcasts sind immer noch ein Medium, was sehr, sehr viele Stärken hat gegenüber anderen schnelllebigen sozialen Medien. Da habe ich ja schon öfters auf diesem Kanal drüber gesprochen. Das heißt also, bei Podcasts hast du eine unfassbar große Aufmerksamkeitsspanne. Im Durchschnitt 25 Minuten wird eine Podcast-Folge angehört. Das ist unschlagbar. Das hast du nicht bei Instagram, das hast du nicht bei LinkedIn und schon gar nicht bei TikTok. Aber du solltest ganz genau wissen, wie du deinen Podcast aufstellst, damit er auch wirklich durchdringt zu deinen Hörerinnen und Hörern. Und ich habe mal so ein paar Sachen zusammengetragen, die mir so aufgefallen sind in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden, was es da so für Entwicklungen gibt. Und möchte ja mal so einen kleinen Ausblick wagen auf das nächste Jahr, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass diese ganzen Faktoren deinen Podcast-Erfolg im nächsten Jahr maßgeblich beeinflussen werden. Der erste Faktor, der ganz, ganz wichtig ist, um durchzudringen mit deinem Podcast, ist das Storytelling. Während es in den letzten Jahren ausgereicht hat, einen Podcast zu machen, in dem man so ein bisschen hin und her gelabert hat, so diese typischen Podcasts, wo man sagt so, ja, wie geht's dir? Gut und dir? Ja, alles gut, ich mach grad dies und das. Und was ist deine Meinung zu dem und dem Thema? Das hat vor zwei Jahren noch funktioniert, als ganz einfach die sozialen Medien und der ganze Internet-Space noch nicht so überladen war mit Content. Mittlerweile ist es aber so, dass es zu fast jedem Thema schon irgendwelche Inhalte gibt und man natürlich auch konkurriert mit anderen Creators. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, wie man seine Inhalte präsentiert. Und da ist Storytelling ganz wichtig. Das ist auch der Grund, warum ich auf diesem Kanal jetzt mittlerweile mehr persönliche Inhalte unterbringe, also wirklich bewusst auch authentisch meine eigene Geschichte erzähle, weil das genau das ist, was deine Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Stange hält. Das macht dich unterscheidbar von anderen Kanälen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen wie du und gibt dir eine stärkere Verbindung zu deiner Zuhörerschaft. Diese Verbindung wird im nächsten Jahr sehr, sehr wichtig sein, weil der Social-Media-Space sich immer weiter verdichten wird. Es wird immer mehr Content-Creators geben und damit dein Podcast wirklich relevant bleibt und du auch wirklich eine enge Verbindung zu deinen Zuhörerinnen und Zuhörern aufbauen kannst und diese wirklich auch bewusst deinen Podcast einschalten, weil sie sagen, ich möchte hören, wie es dort weitergeht, was es Neues gibt von diesen Menschen, weil diesen Menschen finde ich inspirierend, der hilft mir weiter, der ist relevant für mich. Dafür ist Storytelling ganz wichtig. Und da gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Kreativitätstechniken, wie man eine Story erzählen kann in seiner Podcast-Folge. Genauer gehen wir darauf ein in unseren Online-Workshops Podcast Quickstart und ganz besonders im Podcast für starke Marken, wo wir ein ganzes Modul haben zu diesem Thema, wie man so eine Podcast-Folge strukturiert und aufbaut, sodass die wirklich spannend ist. Also wenn dich das interessiert, kann ich dir empfehlen, die freien Tage zwischen den Jahren mal zu nutzen, um dich in dem Bereich ein bisschen weiterzubilden. Die Links zu unseren Workshops packe ich natürlich mal unten in die Infobox rein. Das lohnt sich auf jeden Fall, also jetzt zum Jahresende 2023, sich da mal fit zu machen, um im nächsten Jahr mit dem Podcast auch wirklich in diesem Bereich punkten zu können. Die nächste Sache neben dem Storytelling ist das vermehrte Fokussieren auf einzelne Plattformen. Es ist ein regelrechter Kampf ausgebrochen zwischen den Podcast-Plattformen. Ja, also Spotify möchte YouTube die Viewer abgraben. YouTube möchte Spotify die Listeners abgraben. Das ist ganz, ganz interessant zu beobachten als außenstehende Person, die nicht in diesen Tech-Unternehmen drin steckt. Also man sieht wirklich, vor einigen Jahren war es noch so, man konnte einfach sagen, den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Das reicht heutzutage nicht mehr aus. Heutzutage muss man sich wirklich ganz genau anschauen, welche Plattformen bespiele ich und welche Plattformen haben welche Eigenarten. Ja, also wie muss ich diese Plattformen anspielen, damit die Inhalte dort auch gut gefunden werden. Ein Beispiel. Auf YouTube kannst du natürlich Podcasts in Videoform hochladen. Es gibt jetzt die neue Möglichkeit, dort auch einen RSS-Feed einzubinden, wo also dein Podcast automatisch aus deinem RSS-Feed rausgezogen wird, importiert wird in YouTube und mit einem Podcast-Cover auf YouTube hochgeladen wird. Sehr clever, sehr praktisch. Allerdings wird der Podcast dort nicht in einer Form präsentiert, wie sie für den typischen YouTube-Zuschauer, ich sag mal, angenehm ist. Ja, weil das Ganze wird nur mit einem statischen Cover versehen und mit dem Audio dazu. So wie in der Infobox werden die Inhalte aus den Shownotes automatisch reingezogen. Das sieht visuell nicht so ansprechend aus und stört so ein bisschen den Zuschauerfluss quasi. Also wenn du deine Zuschauer von einem Video zum nächsten klicken und dann kommt da plötzlich ein Video mit einem quadratischen Standbild. Das stört so ein bisschen das Zuschauerlebnis und macht deutlich, aha, hier haben wir einen Inhalt, der ist irgendwie zweitverwertet worden, der ist nicht originär für YouTube gemacht worden und performt damit schlechter auf dieser Plattform. Deswegen, also für YouTube empfehle ich auf jeden Fall, deinen Podcast fit zu machen, denn YouTube ist nach Spotify mittlerweile die zweitmeist genutzte Plattform, um Podcasts anzuhören. Und da lohnt es sich wirklich ganz genau auch sich anzuschauen, welche Inhalte performen auf YouTube besonders gut. Das sind unserer Erfahrung nach insbesondere Podcasts, die auch eine Videospur haben. Ja, also die kannst du ganz einfach parallel zu deinem Audio-Podcast mit erstellen, indem du den Podcast zum Beispiel online über ein Tool wie Riverside aufnimmst. Dazu gibt es ein eigenes Tutorial, was ich mal gemacht habe. Das blende ich hier oben mal ein, da siehst du, wie das funktioniert. Da kannst du deinen Podcast zum einen in bester Audio-Qualität aufnehmen, um ihn anschließend für die Plattformen Spotify, Apple Podcasts und weitere Audio-Plattformen zu veröffentlichen und natürlich aber auch die Videospur aufnehmen, um das Ganze dann für YouTube schick zu machen und einfach den YouTube-Viewern auch was zu präsentieren, was konkurrenzfähig ist und mit anderen YouTube-Videos mithalten kann. Denn man muss wirklich klar sagen, YouTube ist originär eine Videoplattform. Das heißt also, die Inhalte, die dort konsumiert werden, haben überwiegende Video-Unterstützung und damit dein Podcast dort gut performen kann, sollte er auch visuell ansprechend sein. Wir haben deswegen seit kurzem unsere neuen Leistungen, vor allem die YouTube-Kanaleinrichtungen, also rüsten Stück für Stück viele der Podcasts unserer Kundinnen und Kunden auf YouTube explizit auch um, damit sie dort also auch in bester Qualität ausgespielt werden können, ansprechend aussehen. Wenn dich das interessiert, gerne mal auf unsere Webseite schauen. Dort findest du unter dem Punkt YouTube-Kanal erstellen alles, was du wissen musst. Das zum Thema YouTube und den Plattformen. Es gibt natürlich zu jeder Plattform da einzeln was zu sagen. Bei Spotify gibt es viele neue experimentelle Funktionen. Zum Beispiel kann man bei Spotify mittlerweile auch Video-Podcasts hochladen, dort allerdings, wie gesagt, noch nicht so ausgereift, weil das ursprünglich eine Audio-Plattform ist, die auch überwiegend natürlich zum Konsumieren von Audio-Inhalten genutzt wird. Aber es gibt dort andere interessante Funktionen, zum Beispiel Kommentare. Du kannst in deinem Podcast-Kanal auch andere Podcasts vorschlagen. Solche Funktionen solltest du dir auf jeden Fall anschauen, also wirklich jede Plattform einzeln betrachten, damit du auf dieser Plattform auch entsprechend gut performen kannst und der Algorithmus dich entsprechend auch pickt. Und eine weitere Sache, die sehr, sehr wichtig ist, die damit auch in Verbindung steht, ist Ästhetik und Produktionsqualität. Vor drei Jahren war das noch so, da waren Podcasts ja so ein bisschen so Wildwuchs. Das war alles noch Wilder Westen. Da hat jeder mit irgendwas aufgenommen und da ging es vor allem darum, erst mal nur den Podcast online zu bringen. Mittlerweile haben die meisten Leute nachgezogen, was die Qualität angeht. Das heißt also, fast jeder hat mittlerweile ein gutes Mikrofon zu Hause stehen, schon alleine, weil super viele Leute Online-Calls machen, Webinare machen und so weiter. Und da solltest du auf jeden Fall auch mitziehen. Das heißt also, Podcasts aufnehmen mit irgendwelchen klapprigen Headsets geht nicht mehr im nächsten Jahr. Das fällt auf, das fällt negativ auf. Podcasts aufnehmen mit Zoom geht auch nicht mehr, weil ganz einfach der Drop in der Qualität so stark ist gegenüber anderen Formaten und die Hörerinnen und Hörer es mittlerweile einfach gewohnt sind, Audio-Inhalte in guter Qualität zu konsumieren. Deswegen, du solltest dir auf jeden Fall, falls du es noch nicht hast, ein gutes und günstiges USB-Mikrofon zulegen. Beispiel dafür das Rode NT-USB Mini, was ich immer empfehle. Habe ich auch mal einen Test dazu gemacht. Video blende ich hier gerne mal oben ein. Da kannst du dir anschauen, wie man das anschließt und aufbaut. Sehr praktisch und vor allem auch in einer ausgezeichneten Qualität für deine Podcast-Aufnahmen, damit du da einfach mit deiner Konkurrenz mithalten kannst. Und natürlich zur Aufnahme auch in bester Qualität, zum Beispiel mit einem Tool wie Riverside, was ich da nur empfehlen kann, einfach die Aufnahme in guter Qualität machen. Solche anderen Programme, wie zum Beispiel Zoom oder Teams vor allem, auf keinen Fall mehr benutzen, weil damit wirst du im nächsten Jahr definitiv negativ auffallen. In diesem Jahr war es noch so, da bist du vielleicht nicht unbedingt herausgestochen, weil es viele andere Leute gab, die das auch noch gemacht haben. Aber im nächsten Jahr wirklich Augenmerk auf Qualität legen, auf Ästhetik, damit du ganz einfach mithältst mit den anderen Podcast-Formaten. Da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dich zu unterstützen mit unseren Produktionsleistungen, also allem voran dem Podcast-Editing, wo wir aus deinen Aufnahmen nochmal wirklich so das Beste an Qualität herauskitzeln. Wenn das für dich interessant ist, gerne mal auf unsere Webseite schauen. Link findest du auch unten in der Infobox. Also, die Feiertage zwischen den Jahren 23 und 24 würde ich auf jeden Fall dazu nutzen, deinem Podcast mal so einen kleinen Gesamtcheck zu verpassen, so wie man einmal im Jahr zum Arzt geht oder zu professionellen Zahnreinigungen, um sich einmal durchchecken zu lassen, würde ich auch an deiner Stelle jetzt die letzten Wochen des Jahres 23 nutzen, um deinen Podcast einmal durchzuschecken auf diese ganzen Aspekte, also Storytelling, um wirklich relevant zu sein für deine Hörerinnen und Hörer. Das Plattform-Bespielen, das Plattform-Denken, also wirklich zu schauen, wie kannst du die einzelnen Plattformen idealerweise bespielen und dein Content auch mundgerecht für diese Plattform machen. Und drittens, Produktionsqualität und Ästhetik prüfen. Hältst du da noch mit, mit deinen anderen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern? Und falls nein, was kannst du tun, um die Qualität auf ein ansprechendes Level zu heben? Das sind meine Tipps, wie dein Podcast auch im Jahr 2024 relevant bleiben wird und vor allem dann auch wirklich herausstechen wird aus den ganzen anderen Formaten, die es gibt und dir einen Vorteil verschaffen wird im Vergleich zu anderen Podcasterinnen und Podcastern, die diese Sachen vielleicht nicht auf dem Schirm haben und glauben, man kann einfach so weitermachen, wie man das bisher gemacht hat. Deswegen, ich empfehle dir auf jeden Fall, dir das mal anzuschauen, wünsche dir natürlich viel Erfolg mit deinem Podcast im nächsten Jahr und wenn du keine weiteren Inhalte verpassen möchtest rund um die Themen Podcasts und Content Marketing, abonniere natürlich gern diesen Kanal. Hier wird es in Zukunft deutlich mehr Inhalte geben noch, ja, deutlich mehr auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich werde dir viele authentische Einblicke geben in mein Business, wie das alles funktioniert, wie ich hier täglich mit meinen Kundinnen und Kunden zusammenarbeite und freue mich da natürlich drauf, mit dir gemeinsam deinen Podcast zu rocken. Also, viel Spaß beim Podcasten und bis zum nächsten Video.